Was hast du mit Porzellan-Sanierung gemacht? Also ich habe mehrere Implantate bekommen, die dann mit Porzellan überkront worden sind. Ich war erst sehr skeptisch, weil ich natürlich immer eine Teilsanierung gemacht habe, nie eine Komplettsanierung, wie ich das jetzt hier durchgeführt habe. Und jetzt, nachdem ich die neuen Zähne habe, fühle ich mich natürlich toll wohl. Das ist einmalig, das ist sehr schön, ein tolles Gefühl. Wieder ganz normal zu lachen und ganz normal zu essen zu können, ist sehr schön.